Und auch hier kümmert man sich umeinander, um den Nächsten. Das ist nicht nur alte Geschichte, sondern auch modernes Leben, um das es sich lohnt zu kämpfen. Wohlbar und darauf einen ordentlichen Paukenschlag von der Kolpingkapelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Ohne sie wären die Feste nicht das, was sie sind in Kampornhofen. Und vor allem stehen sie als Garant für allerbestes Sommerwetter. Na dann? Aber was passiert dann? Bei unserem dritten Versuch, das Schönwetterversprechen einzulösen, passiert Folgendes. Wir erinnern uns. Der Sound wird dünner, der Regen dicker und dann kam es richtig heftig. Ton aus, Schluss, alle Mann in Sicherheit. Auch das war der Sommer 2014. Mal wieder so ein Wolkenbruch. Nach dem Heimatfest fällt nun auch der Flohmarkt ins Wasser. Da waren alle überrascht, denn normal war das nicht. Tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Die Stimmung ist immer gut, ja. Aber so was, dass es Samstag so geregnet hat, das haben wir noch nicht gehabt. Denn die Leute in Kampz sagen, wenn die Kapelle was hat, Kolbingkapelle, dann ist Kolbingwetter. Wir sind eine Familie, die relativ klein ist, haben 48 Mitglieder. Und ich sage mal, sind hier im Ort sehr stark integriert, sind kirchlich engagiert, was neu ist, was auch mein stellvertretender Vorsitzender ins Leben gerufen hat. Nämlich normal sind Kirchen geöffnet. Und die waren über Jahre geschlossen, unsere Kirche. Und dann haben wir uns bereit erklärt, die Männer von unserer Kolbingfamilie, dass wir das Jahr über, zumindest in der helleren Jahreszeit, die Kirche morgens aufschließen und wieder schließen. Kolbing hat also als Sozialreformer gesagt, wir brauchen gute Leute, die im Beruf, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen. Damals noch ihren Mann. Und dann haben wir das angepackt und wir fanden genügend Interessenten, mit denen wir dann hier ein Kolbingleben aufmachen konnten.